Boah, gehen die Drachen ab, Alter. Boah, Hilfe, 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 halbes Herz, haaaaaaah, haaaaaaah. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minecraft PvP. Diesmal spielen wir immer wieder Dragons. Und ja, wer den Spiel, der es nicht kennt, ähm, wir befinden uns Ocean Village. Diesmal auf einer Insel und ich glaube sechs Drachen ungefähr sind es. Die kommen, zerstören die Insel und der letzte, der auf der Insel bleibt und überlebt, hat gewonnen. Und ja, ich habe hier das schöne Kit mit der Axt. Das ist übrigens das gleiche wie bei Dragon Escape. Eine schöne Lederrüstung hier. Also die Axt sieht sehr wie bei Dragon Escape. Man kann damit alle zehn Sekunden so einen schönen Leap machen, wo man dann einmal hochfliegt. Man hört die ganze Zeit schon die Geräusche. Und das unendlich. Oft. Ach komm, ich gehe mal auf den Berg hier. Oder, ach komm. Hoch, zack, zack. Lautstärke. Lautstärke ist auf zwei Prozent. Die Drachen sind hier nämlich extrem laut. So, da unten sieht man schon, die zerstören alles. Boah, da unten will ich jetzt nicht stehen. Hohoho. Manchmal einfach drei Drachen gleichzeitig dann durchfliegen einmal. Alles wegmähen, was sich ihnen in den Weg stellt. Sieht schon echt krass aus. Oua. Der Drache hat uns in Ruhe gelassen diesmal. Aua. Oh, habe ich viel Fallschirm bekommen. Ich habe mich mit dem Leap abgefedert. Jetzt muss ich gucken, dass nicht gleich der nächste Drache kommt. Oh, da wäre ich weg gewesen, wenn ich jetzt da oben drauf gestanden hätte. Oh, da kommt einer. Oh. Jetzt muss ich gucken. Oh. Knapp war das. Das war richtig knapp. Drei Leute leben noch. Oh, fuck. Nein, nein. Aua. Oh, zwei Herzen noch. Hallo. Ich muss gucken, vor allem wenn wir zu tief fliegen. Oh, perfekt. Nein. Nein, ich bin an Fallscharen gestorben. Nein. Ich hasse es an Fallscharen zu sterben. Na gut, trotzdem GG. War eine relativ geile Runde. Und ja, ich muss sagen, wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Runde. Ich weiß nicht, ob hier jetzt genug Spieler reinkommen. Von nichts. Finde ich in eine andere Lobby. Aber ich würde sagen, wir sind uns gleich wieder. Bis gleich. So und wir kommen zur nächsten Runde. Ich nehme diesmal das Marksman-Kit. Was ich mir mal vor einer Weile gekauft hatte. Ist jetzt nicht das beste Kit. Damit kann man nämlich Drachen abschießen mit Fall und Bogen. Und die drehen dann ab. Das Problem bzw. der große Nachteil an dem Kit ist eigentlich nur, dass die Drachen relativ spät abdrehen. Und man muss sie auch erstmal treffen. Das heißt, das ist nicht wirklich so effektiv. Und der erste Drache haut schon mal die Mitte des Schiffes durch. Oh fuck. Muss man aufpassen. Ach du Scheiße. Eine Etage tiefer. Ich würde aber gern wieder hoch. Geht wohl nicht. Hier vielleicht. Sollte vielleicht mein Kit mal nutzen. Das meine ich mir zu spät. Ich meine wir in Kurven sofort umdrehen würden. Aber es dauert halt immer eine Weile im Treffen trotzdem, wenn man zu spät abschießt. Oh der fliegt schon auf der Höhe ey. Oh fuck der wird alles zerdeppern. Ne wird er nicht. Der da. Nein nicht getroffen. Schade. Der hier. Auch nicht getroffen. Er fliegt aber so tief. Der hier. Auf jeden Fall. Der muss weg. Ja sehr schon. Da habe ich einmal perfekt genutztes Kit. Der hätte mich glaube ich sonst weggesäbelt hier. Der säbelt. Der unten säbelt auch. Ach du Scheiße. Der habe ich gar nicht gesehen. Abdrehen bitte. Danke. Der hier. Der wird auch gefährlich. Oh fuck. Ohohohohoho. Wie knapp war das denn? Okay das wars. Krass. Krass. Stirb. Verdammt. Zweiter. Hat der Drache mich gleich wieder weg gehauen alter. Ah ja. GG. Trotzdem coole Runde. Und ich wollte mal sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Bei der nächste Runde. Bis gleich. So und willkommen zur nächsten Runde. Dragons. Skyship. Diesmal. Und ja mal gucken wie es läuft. Ist auch nur ein Schiff. Nur halt in der Luft. Ist auch nur ein Schiff. Nur halt in der Luft. ein paar PS Einbrüche. Dadurch habe ich es jetzt voll spät bemerkt. Und es ist halt richtig scheiße. Wenn man jetzt schon. Jetzt habe ich zum Beispiel noch andere Ferzen. Boah. Gehen die Drachen ab alter. Boah. Hilfe. 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 Halbes Herz. Ah. 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 Da kommt einer. Oh. Ist weggelenkt. Mit seinem. Oh kids. Alter. Neue Leben noch. Boah. Habt ihr gerade gesehen wie die Drachen gerade durchgedreht sind. Die haben gerade alles kaputt gemacht auf einmal. Ich stelle mich mal zu dir. Hier hätte ich mich auch hingestellt wahrscheinlich. Pfff. Oh. Denn da wird nämlich jetzt alles weg. gesetzt. Ich muss auf jeden Fall lieben. Ich muss dahin lieben. Wenn er. Oh. Ha. Dann schweil auf einem Block hier. Ha. 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 Alter wie knapp das gerade war. Hätte einfach den Block weggesetzt. Ha. Nein. 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 Oh. Und Fallschaden sind schon wieder gestorben. Ich hasse es so der, aber an Fallschaden zu sterben. Ach. Gott. Slider Sky HD lebt hier noch. Äh. Ach. Wie die Drachen gerade abgegangen sind. Es war so unfassbar geil. Ha. Ha. Ja. Die Runde war ein relativ geiles Hab. War die auch in Ordnung? Ist also nicht so schlimm, dass ich jetzt zu früh gestorben bin. Aber warte ich noch bis zum Ende. Warte. Der andere fliegt. Der andere fliegt auch. Man hat wo einer jetzt gewonnen. Und zwar der Gaga Mysterious. Oder Mysterious. Aber Mysterious wird Y geschrieben. Keine Ahnung. Gut ich muss sagen. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Runde. Bis gleich. So. Und willkommen zur nächsten Runde. Hier ist ein Juni Schaff. Ultra kostet nicht mehr 60 Dollar. Und ja es geht los. Auf dem App Voyage. Auf dem schönen Schiff hier. neben dem großen Vulkan. Relativ klein. Daher stimmt man hier glaube ich schneller als sonst. Ich will den Typen mit Chat jetzt nicht unbedingt antworten. Wieso? Was machen die Drachen? Ach du scheiße. Oh. Oh. Bin ich auf dem Boden geflogen. Die Drachen hab mich wieder hoch geholt. Ach du scheiße. Oh. Oh. Oh Gott. Fast wär ich da reingefallen ey. Nein. Oh. Die Drachen drehen schon wieder vollkommen durch. Ach komm ich geh mal. Hier hin. Oh. Der lenkt den Drachen dahin. In diesem schönen Ultrakit. Ich würd gern da oben rauf. Ich kann nämlich da hochlieben. Wenn ich mich trauen würde. Und hier nach da. Mit ein paar Lacks geht das. Vielleicht hoffentlich war das kein Fehler jetzt sich hier hoch zu lieben. Nachher. Rote Drache ist jetzt hier gleich weg. Ja. Das war klar. Aber ich hab ein bisschen Glück jetzt. Dass er mich genau hier hingehauen hat. Hier wollte ich sowieso hin. Oh fuck. Nein. Nein. Nochmal weg gehauen hat er mich. Er hat mich nochmal weg gehauen. Nein. 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 1,3 Sekunden länger hätte ich gebraucht. Dann wär ich raus gewesen aus dem Wasser. Aber naja. Naja. Das war es auf jeden Fall mit dieser Runde. Und ich muss mal sagen. Wir sehen uns gleich wieder. Bei der letzten Runde die ich spielen werde. So weil er gleich gut genommen hat ganz kurz zu. hier gewinnen wird es sei gut er wird gewinnen x da klar doch klar 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 was gleich wieder bis so und wir kommen zur letzten runde dragons village und sich mal hochgehen nach näher komme ich den boden der tatsachen und los wir müssen schnittratten ich glaube ich diesmal so hier ungefähr hier oben drauf sichersten ganz am sichersten schwein kommt gleich genau versucht mich doch gleich zu töten hoch gott den drachen drehen schüler vollkommen durch ich glaube ich bleibe auf der brücke hier ist irgendwie und wie sich jedes mal wenn ich hier länger auf der map überlebe sich dass die brücke meistens auch steht zumindest zum teil daher bleibe ich jetzt mache ich hier so ein bisschen acht scheiße der wird hier einschlagen habe ich nicht mitgerissen zum glück ein herz noch was ich kann ich so viel falsche hand kassieren dadurch man oh gott ich will nicht der und auch einer ich muss zumindest ein bisschen regenerieren damit ich ein bisschen falsch an ab kann der wird mich da wohl nicht hinten hier nein 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 richtig gut geliebt nein nicht in mich reinfliegen da will ich nicht rüber springen das ist mir zu riskant der sprung dann fliege ich dann zu wasser bin ich tot zumindest fast aber marksman habe ich an meiner seite zwei marksman ja oder so natürlich zwei herzen oh mein nein nein was ist das bitte für ein tod alter ich wollte da raum springen genau in dem moment haut der drache den boden unter den füßen weg dann springe ich jetzt nicht und sterbt natürlich ein falscher an da seine scheiße krass naja ich würde nicht mal sagen das war's dann mit dieser folge ich hoffe es hat nicht gefallen und ja dann würde ich wohl sagen wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis dahin und ich habe noch einen schönen screenshot vielleicht indem ich so mache und dann habe ich hier so ein paar drachen drauf bis dahin und tschüss